Spieltag 12 war Money fürs Radar und da gehen wir jetzt runter. Come on. Kessem, euer Liga-Inzider, ballert gerne Liebe rein und damit gehen wir rein ins Format. So, für die Leute, die hier zum ersten Mal dabei sind, ich stelle euch das gerne einmal vor. Wir haben hier ein paar Tears, ihr kennt den Scouting-Bericht, den kennt ihr jetzt. Spieler auf dem Zettel, wir haben den Check-In, Reinrutscher für Ausfall. Programmspieler, bestes Programm, beste Leben. Und wir haben natürlich den Star der Woche. So, Scouting, wir fahren auf die Reeperbahn, nachts um halb eins und da wurde getanzt. Jojo, Johannes Eggestein hat ein bisschen Respekt mal auf seinen Namen gepackt. Assist, Assist und dann veredelt er das wie Spitzenkaffee, so würde ich das hier benennen. In der 85. Minute nämlich, vielleicht nicht das schönste Tor, aber ein absolutes Mentalitätstor. Schmeißt sich da mit allem rein, was er hat. So viel Power da in den Schuss gepackt, dass Weiner da auch nicht mehr die Hände koordiniert bekommt. Und richtig cool. Im Interview dann auch noch mit Hauke Wahl, danach noch sein Espresso-Jubel noch erklärt, dass die da jeden Morgen auf dem Trainingsgelände immer zusammen ein Espresso trinken. Und deswegen Barista-Meister Jojo Eggestein hier mal mit der Liga-Anzeiter Note 1 beim Scout dabei. So, wir haben Wimmer, das ewige Talent hier mit Goldfuß in Leipzig. Er hat ein super Spiel gemacht, wirkte da ganz frisch, ganz befreit. Zweikampf super, sowohl Boden als auch Luft habe ich gesehen und wahrlich kein Schrank damit sein. 1,82 Lenzen und macht das da wie ein großer 2-0. Dann sein Ballgewinn-Assist, ja, gegen Retroida und er bejubelt dann das 2-0 im Liegen. Ging dann auch zum Glück weiter für ihn. Deswegen hier sein zweiter Spot hier für ihn auf Scouting. So, Rasmus Christensen kam wieder rein für Collins, bleibt wohl bei dem nominell gesetzten Dehn, der macht das da. Da macht Dino keine Anstalten, da gibt es wohl eine Hierarchie und die haben wir jetzt gesehen für alle Collins-Besitzer. Die haben es zu spüren bekommen. Collins bekommt vielleicht unter der Woche mal Spielzeit, das könnte ich mir gut da mal ausrechnen. Aber Bundesliga bleibt dann wohl Chefsache des Dehn. So sieht das aktuell aus, unsere VA lag da auch goldrichtig. Das war ein sehr enger Call, habe ich mir nochmal flüstern lassen, aber haben wir genailed. Und Christensen hat das sehr gut gemacht. Da ging Sienza super, ganz stabil in den Werten, kommt ja eh über seine Zweikampf-Power. Und die Passwerte sahen da auch ganz clean aus, deswegen mal Rasmus hier auf dem Bericht. So, Scoring, wir brauchen Scoring und wir bekommen Scoring rein. Gleich dreifach, Tor, Assist und nochmal Tor, der Bachelor ist back. Lukas Höhler hatten wir ja schon vor zwei Wochen mal drin. Adamus Sperre gegen Dortmund dann blass. Dann hat den Schuster mal eins zurückgesetzt und gegen Gladbach, krass, ja. Hat darüber hinaus auch viel fürs Spiel gemacht. Richtiger Satellitenmann da hinter Gregoritsch. Hatte acht gefährliche Aktionen, das sagt schon viel über sein Gameplay aus. Und der ist günstig überall zu snacken, deswegen kleines Nikolausgeschenk vorab hier mit der Liga-Insider-Note 1. So, Formats unter dem Radar, da tauche ich jetzt mal hin. Und Ilsa, der hat ja übernommen bei der TSG, wissen wir alle. Der spielt gerne mit Zielspieler vorne, auch das haben wir jetzt mittlerweile gesehen in den beiden bisherigen gespielten Partien. Und Tabakovic, der wirkt aktuell formlos auf mich. Und Max Möhrstedt kam rein gegen Mainz. 68. Minute für ihn nämlich. Und hatte da noch nicht den Riesen-Impact. Das sehen wir an der Liga-Insider-Note 4. Aber Elementbeweglichkeit, da bringt er nochmal ein besseres Element mit als Harris. Und mit Zweikampf-Power versehen. Da wirkt Tabakovic doch eher statisch und ist nicht so gut eingebunden in das Spiel. Ist ja auch laut Heatmap, wenn wir uns die mal angucken, das ist ein Box-Präsenzmeister da. Der ist dann eher in der Box aktiv. Und Möhrstedt kommt auch mal gerne progressiv mit dem Ball in den Strafraum. Und ich würde das Element doch gerne mal ausprobieren, Herr Ilsa, wenn Sie zuhören. Und Möhrstedt ist da ein bisschen freier und gefällt mir. Ist aktuell mit einer, wir haben ihn als VA, als Alternative drin. Aber da holt sich die Bälle. Und für mich hat aktuell sich Harris da nicht viele Argumente für. Noch einen Startplatz geholt. Deswegen würde ich hier Max Möhrstedt auf jeden Fall mal legit als Scout-Berichtspieler. So, Check-In. Lukeba fällt aus, haben wir die Meldung gebracht. Muskelverletzung da im Oberschenkel. Klostermann haben wir gerade in der VA. Auch der ist angeschlagen, wisst ihr alle. Und Klosi kommt vielleicht zurück, hieß es heute, auf der PK vom Pokarspiel gegen die Eintracht. So haben wir da Rose im Ohr. Ja, für morgen schon mal vielleicht dann drin. Und das klingt für mich am Wochenende ja eher dann schon mal wahrscheinlich. Also dann hat er da gute Karten. Wie RB morgen spielt, das sehen wir ja bekanntlich. Und deswegen können wir uns das da ganz entspannt anschauen. Scheint wohl so, dass es für Rose auch weitergeht. Jedes Spiel zählt hier. So, Giannullis kommt zurück. Pedersen leistet eine OP. Da schon mal gute Besserung an den Dänen auch. Giannullis wäre so oder so reingerückt. Auch da wie bei Klostermann ähnlich. Ähnliche Situationen. Auch der ist angeschlagen. Torup aber zuversichtlich für die morgige Partie. Da geht es nach Karlsruhe. Also quasi hier selbe Rechnung fürs Wochenende. So, und selbe Rechnung, aber nicht in Dortmund. Leichter Faser ist an der Leiste. So hieß es für den Waldemar Anton. Und die Verantwortlichen hoffen noch auf Comeback in der Hinrunde. Niki Süle kam rein gegen die Bayern. Schau an, Niki hat das richtig gut gemacht. Der gibt wohl im Training weiter Vollgas. Und das hat er auch da gegen die Bayern gezeigt. Gefiel mir da richtig gut. Statistisch, realtaktisch. Und der hat Müller komplett aus dem Spiel abgemeldet. Also da auch Niki im Check-in. So, nochmal Freiburg, Adam Roth. Das wussten wir schon. Und Schuster hat da, wie gesagt, da haben wir schon eine Move, haben wir gehört. Und zwar Höhler zurückgezogen. Und vorne mal einen neuen Mann installiert. Das ist von Höhler ja auch die favorisierte Variante. Und von Gregoritsch sowieso. Ganz vorne mal reingezaubert. Den Österreicher. Viele Lorbeeren schon von Svenno im Game Changer. Podcast im Prolog bekommen am letzten Donnerstag. Und der hat das bestätigt. Hatte nicht so viele Aktionen tatsächlich. Hatte da einen kleinen Radius mit 25 Ballaktionen. Aber die, die er hatte, die waren brandheiß. Hatte darunter 5 Schüsse, 3 auf dem Kasten gelandet. Und er war generell gut eingebunden. Im Abschusssegment der Freiburger. Adamo ja auch zuletzt glücklos. Und Gregor mit Assist beim 1-0 von Höhler. Also da die neuen Jungs sehr gut da auch im Interplay. So, Programmspieler. Ich gehe hier mal mit Leverkusen, Pauli. Augsburg und Freiburg gibt es da jetzt. Ich gehe mit Arthur. Der war neu drauf. Xabi packt hier die Viererkette aus gegen Union. Die sah stabil aus. Hat mir sehr gut gefallen. Und Arthur ja schon mit Assist gegen Heidenheim. Und jetzt wieder aktiv Posten. Auf der RV-Position in der VA-Gruppe. Flüstert man sich da schon. Der könnte auch gegen Pauli starten. Und deswegen, den spiele ich hier direkt auch mal rein. Als Programmspieler spielt generell gerade für mich ein Top-Ball. Von daher ganz spannende Personal hier. So, Skiri. Der bekommt seine Old-Man-Köln-Form. Gefällt mir gerade super. Laufleistung ist top. Drittmeisten Kilometer da abgespult. Der Frankfurter gerade saisonal. Zusammenspiel im Zentrum gefällt mir gut. Gerade mit Schulterblick, Achse. Larsson gegen Bremen war schon top im Abendspiel. Und auch jetzt gegen Heidenheim. Super Arbeit gegen den Ball. Clevere Pässe im letzten Dritte. Augsburg, RB, Mainz. Davon auch zwei Heimspiele. So, Programm Zettel heißt es hier heute. Und deswegen auch mit Mathis Tell. Der hat einen Spotstart bekommen gegen die Dortmunder. Da war jetzt noch nicht so gut. Fehlt da vorne vielleicht noch ein bisschen die Spritzigkeit. Aber wir wissen alle vorne, der gefährlichste Mann fehlt. Das ist eine vakante Personalie. Fanvoting auf Insta. Wir sind zurück auf Instagram. Ja, liked da gerne mal. Und haut da mal Liebe rein. Das freut uns hier richtig geil. Da haben wir schon Voting auch gemacht. Und Gnabry seht ihr da aktuell vorne. War auch mein Urcall. Und VA hat auch erstmal auf Gnabry gedreht. Ich sehe Tell aber so oder so dicht dran. Weil auch Leeroy Sané wegen Dummheit wohl eine Sperre droht. Und Ellbogen gegen Groß ausgepackt. Ja, Thorsten Kinnhöfer hat das ein bisschen für mich komisch bewertet. Er sagt dann wohl ja, wäre da wohl ein bisschen mehr Theatralik im Spiel gewesen. Hätte das der VA geprüft. So wurde das als Reflex gewertet. Kann ich leider komplett nicht mitgehen. Finde ich keine gute Aktion. Und Gewalt hat auf dem Spielfeld so oder so nichts zu suchen. Deswegen, der hat wohl für seinen Stammplatz kämpfen, hat er wortwörtlich genommen. Der gute Leeroy sperrt den Vogel weg. Und deswegen, glaube ich, hat Tell hier ganz gute Chancen auf den Startplatz. Auch wenn wir ihn aktuell natürlich in der VA sehen als Alternative. Aber warum nicht auch als Einwechselmann dann gegen Heidenheim. Und danach kommen Mainz und RB. Hat eine richtig coole Upside. So, und eine gute Upside hat der Mann sowieso. Star der Woche. Weihnachtsstern leuchtet. Überstrahlt für mich die ganze Bundesliga. Gerade Nathaniel Nene Brown. Ja, Form seines Lebens. Also der spielt gerade. Das ist für mich gerade der Mamouche in der Abwehr. Das ist Wahnsinn. Also der hatte, den hatten wir schon auf Programmspieler auch drauf in den letzten Wochen. Bester Spieler für mich gegen Heidenheim. Drei-Assist. Der versprüht so viel Spiel los. Gerade werbelt auf der linken Seite. Alles durch da. Und Timing im Zweikampf passt. Der hat eine richtig gute Bewegung. Antizipiert da sehr, sehr gut den Zweikampf. Und den würde ich mir reinholen. In jeder Liga. Mit dem ziehst du jeden Spieltag. Deswegen Brown hier. Mein Star der Woche. Unter dem Radar waren wir. Und ihr wart wahrscheinlich auch unter dem Radar. Schreibt mir mal euren Spieler hier gerade. Den ihr da aktuell im Blick habt. Für der gefährlich versteckt ist aktuell. Und damit starten wir weiter rein in die Woche. Ich wünsche euch einen schicken Dienstag. Tschüss.